dann hast du die blauen stein ja ich dachte ich mir schon dass ich da irgendwie rüber muss was ich vorsicht doch die scheiße ist ja nicht schlimm dann bringe es ich weiß gar nicht gerade vielleicht noch da ist ansonsten wie ich war dann auch ansonsten wie geht es euch ich kann hier rüber hier sind geysir einfach und auch eine gute nabe dann bluschen ist das ist alles gut und natürlich auch an das ist ein bisschen drüber gekommen ist war ganz okay insgesamt was habt ihr denn ins bettung gemacht auch wieder renkt oder wortze die jetzt auch noch mal so ein stein gegner da ist ein geysir in der nähe den kannst du gegebenenfalls nutzen ja genau da bin ich rüber aber ich habe keine ahnung was vielleicht dabei ist eine basis aber hier kann ich ja ja was gedacht dass man da nahezu also nicht sehr früh wechseln muss die kriege ich aus den glasen raus abwerfen du darfst uns wasser hat ist ja und bei der kappe muss aufpassen die macht man sich kaputt machen ach so ich dachte bei dem wasser ist also ich mache gerade auf jeden fall ein tor kaputt ich habe keine ahnung wo ich hier gleich bin ja ich bin wieder bei mir aber nein da sind die schleim viecher die mache ich nicht wir haben beim letzten mal alle meine pigment eingesaugt ja ich muss man riskieren und ich weiß man dann wieder das ganz entspann ja es fehler noch fünf gegner hast du schon in der höhle drin vielleicht sollten wir gleich zusammen rein das zusammen zu den schlagen gerade an der krabbe moment moment wo sind die schleimdinger die revierkampf ruf zur ordnung oha einfach mal alles durchgeputert soll ich mach ganz kurz hier da oben sind zwei gegner und du musst uns wasser gut machen wir dazu die kabel lebt noch aber das schaffst du so jetzt hängt eigentlich alles nur von dir ich habe zwei gegner und ich habe alle die hier im wasser waren auf der anderen seite das wasser das ist ein die krabbe lebt noch habe ich gesagt die krabbe macht muss die schäde und dann machst du die kabel das meinte ich mit dem was ich habe das hast du nicht gesagt ja geht weiter ich mache den exaktor der nächste gegner ist da und alles gut da muss irgendwo gegner sein da ist er einfach all in nice latin müssen komplett nicht dafür wie du machst die krabbe komplett gesagt die krabbe ist noch da aber ich dachte dann okay du machst sie gleich fertig also ich gehe außen rum so habe ich das verstehe aber passt ja hat doch alles geklappt zeit bomb näis